Nicht cool, ich sag die ganze Zeit cool. Ja, aber wenn doch alles cool ist. Hey, ich bin die Lena und bin duale Studentin bei P&C. Und was das bedeutet, das erzähle ich euch jetzt. Hallo Lena, ich bin gespannt. Nimm uns doch direkt mal mit in deinen Arbeitsalltag. Wie schaut denn so ein typischer Arbeitstag als duale Studentin aus? Also so ein Arbeitsalltag bei mir P&C schaut so aus, dass ich in der Früh ins Haus komme, auf die Verkaufsfläche. Es ist am Anfang noch ein Meeting mit unseren Abteilungsleitern, wie der Tag davor verlaufen ist, was für Schwierigkeiten waren, was wir heute besser machen können, was wir heute angehen. Dann machen wir noch einen kurzen Rundgang, was neu ist, damit sich jeder nochmal auf der Fläche auskennt. Die Warnpräsentation folgt dann und natürlich die Kundenberatung, damit wir sehr nah am Kunden sind. Das ist ja ganz schön viel zu tun. Wie bringst du denn die Arbeit und das Studium unter einen Hut? Wie schaut das aus? Nach meinem Arbeitsalltag komme ich nach Hause und habe die Möglichkeit, eine Vorlesung zu besuchen. Vor allem wichtig, wenn eine Prüfung ansteht. Ich melde mich dann mit meinem Notebook zu Hause an. Ja, voll. Nein, ist auf jeden Fall. Das ist mir gerade entfallen. Die Vorlesung dauert dann meistens ein bis eineinhalb Stunden und ist eine wirklich sehr gute Vorbereitung für die Prüfung. Das ist ja sehr fleißig. Wie schaut denn dein Studium mit P&C aus? Also bei dem dualen Studium sind wir nicht alleine. Wir sind auch mit anderen dualen Studenten, die in ganz Österreich verteilt sind, zusammen. Wir sind sozusagen eine eigene Klasse und haben auch von P&C interne Seminare. Wir sind auch laufend immer im Austausch über die Uni, über Vorlesungen, Prüfungen. Also da unterstützen wir uns wirklich sehr gut miteinander und können uns da wirklich aufeinander verlassen. Das ist ja schön, dass ihr euch da so unterstützt. Wie kann es denn jetzt für dich bei P&C weitergehen? Nach den drei Jahren bin ich dann schnell vertretende Abteilungsleiterin, kann mich dann genau aufarbeiten als Abteilungsleiterin. und dann noch ein Step weiter werde ich dann General Sales Managerin. In dieser Position führe ich dann ein Haus. Die andere Perspektive wäre dann, in den Einkauf zu wechseln. Dort würde ich dann als Merchandise-Controllerin einsteigen und kann mich dann weiterentwickeln als Junior-Bäuerin. In dieser Position würde ich dann für einen Bereich Ware einkaufen. Das sind ja alles wirklich tolle Optionen. Und zu guter Letzt, was ist das Besondere am dualen Studium für dich? Also ich würde das duale Studium weiterempfehlen, weil ich es einfach cool finde, dass man heutzutage die Arbeit und das Studium miteinander kombinieren kann. Man hat den Praxisbezug und die Theorie auf einmal. Also wenn du ein offener und kommunikativer Mensch bist, aber auch zielstrebig und selbstorganisiert bist, dann ist das Programm die perfekte Wahl für dich. Und jetzt kommst du. Bewirb dich für das duale Studium bei P&C und start mit uns genau wie Lena durch.